In diesem Video geht es um die besten Stoffwindeln. Der Qualitätssieger in unserem Stoffwindeln-Test geht an die X-Cooline Stoffwindeln. Jede Taschenwindel besteht aus einer Windel und einem Einsatz, die durch eine speziell entwickelte Taschenöffnung zusammengesetzt sind. Der Stoffbeutel ist einfach zu füllen und zu entfernen, maschinenwaschbar und schnell trocknend, wodurch er wirtschaftlicher und umweltfreundlicher wird. Die Taschenwindel ist 37 cm lang und 36 cm breit und wiegt 116 g. Sie ist ziemlich leicht und tragbar und wird mit einer wasserdichten Aufbewahrungstasche geliefert. Die Taschenwindel ist mit vielen Druckknöpfen an der Außenseite der Windel und flexiblen Gummibändern ausgestattet und kann leicht in verschiedene Größen angepasst werden. Sie kann mit dem Baby von 3 kg bis 15 kg aufwachsen und passt sich dem Körper des Babys perfekt und fest an, ohne zu lecken. Mit der PUL-laminierten wasserdichten Windelschale und der Innenschicht aus weichem Wildledertuch ist die Windel atmungsaktiv und Hypoallergen ohne Geruch, sodass das Baby trocken, gesund und bequem bleibt. Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen um den Ausschlag machen. Jede Windel wird mit einem 3-Lagen-Einsatz geliefert, das hochsaugfähig, nicht reizend, antibakteriell und thermisch regulierend ist, Leckagen wirksam verhindert und leicht auszutauschen ist. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die HaHaGo Baby Windel. Stellen Sie Ihren Baby 4 Sätze waschbarer Windeln zur Verfügung. Die Windel ist in 3 Schichten unterteilt, wasserdichte Außenschicht, wasserabsorbierende Schicht und durchlässige Innenschicht. Hervorragende Wasseraufnahmefähigkeit, um das Austreten von Urin zu verhindern. Hergestellt aus wasserdichtem TPU-Material, gute Elastizität, dehnbar, sicher und ungiftig. Langlebig, keine Verformung nach dem Waschen. Die mittlere Schicht der Taschenwindel besteht aus gebürstetem Baumwolltuch, das weich, luftdurchlässig, saugfähig und geruchsneutral ist. Auf der Oberfläche der Windel befinden sich viele Knöpfe. Passen Sie die Tasten an die Größe des Babys an. Gummibänder an der hinteren Taille und an den Beinmanschetten. Auch wenn Ihr Baby sehr ungezogen ist, sorgen Sie sich nicht um Unverlust. Die Größe kann so angepasst werden, dass sie für die meisten Babys geeignet ist, einschließlich Babys von 3 bis 15 kg. Spezielles Design für Taschenöffnungen zum einfachen Befüllen und Entfernen. Wiederverwendbar, leicht zu waschen und schnell zu trocknen. Die Windelschale hat ein süßes Muster und leuchtende Farben, was sehr gut für Babys geeignet ist. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Stoffwindeln-Test ist die Lictin-Stoffwindel. Die Größe der Windelhosen ca. 34,5 x 13,5 cm. Windellänge 41 cm lang mal 35 cm breit. Sie können die Baby-Lernwindel auf die gewünschte Größe einstellen, indem Sie die verschiedenen Knöpfe an der Windel einstellen. Trainer Windelhosen Die Windelhosen-Überhose für Baby bestehen aus hochwertiger Bambusfaser und Mikrofaser sowie wasserdichtem TPU, das wiederverwendet werden kann. Da die Windelhose eine Schicht aus TPU-Material haben, daher kann der Urin nicht sofort heraus sickern, und die Mutter kann vermeiden, die Möbel zu verschmutzen, solange die Windelhose rechtzeitig gewechselt werden. Die Schnappposition des Hinterns und das Flügeldesign des Kreuzhakens verhindern, dass die wasserdicht-Baby-Lernwindel durchhängt. Bequemer und elastischer Oberschenkelwurzelbereich können ein Auslaufen zu verhindern. Das Muster der Windelabdeckung wurde von einem professionellen Designer entworfen. Der farbenfrohe Fruchtstil wird mit fortschrittlicher digitaler Positionierung, klaren Mustern und farbenfrohen Farben gedruckt, um die Aufmerksamkeit des Babys auf sich zu ziehen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.